So, guten Abend, herzlich willkommen zur letzten Online-Lesung aus den Britta-Sander-Krimis, also letzte Online-Lesung für diesen Herbst. Heute geht es um Aachener Untiefen. Das ist der vierte Band aus der Reihe und passend, nicht ganz passend zu unserem Wetter, spielt das Ganze in einer Hitzewelle im Aachener Sommer und im Aachener Freibad. Und diese Online-Lesungen, die ich jetzt gemacht habe in den letzten Wochen, die sollen allen die Möglichkeit geben, einfach mal kurz reinzugucken, was so eine Lesung ist, ein bisschen was aus den Büchern zu hören, ein bisschen was über die Bücher zu hören und hoffnungsvollerweise sie hinterher dann lesen zu wollen. Ich werde ungefähr 30 Minuten aus dem Buch lesen und hinterher noch ein bisschen was erzählen, wie ich auf die Idee gekommen bin, wie man einen Krimi über einen Freibad schreibt, und so weiter und so weiter. Ja, die Hauptfigur meiner Krimis ist nach wie vor die Aachener Privatdetektivin Britta Sander. Die ist Mitte 20 und arbeitet bei der Detektei Schniedewitz und Schniedewitz. Brittas liebster verbaler Sparringpartner, und mit ihm arbeitet sie auch gerne zusammen, ist Erik Lautenschläger, ihr Kollege. Dann gibt es natürlich noch den stets brummigen Kriminaloberkommissar Körber, der auch neuerdings ständig auftaucht, spätestens seit die beiden sich in Band 2 verbandelt haben. Brittas beste Freundin, Jyoti Chandra, taucht diesmal auch mit auf. Die ist Rechtsmedizinerin in Köln. Und natürlich darf auch Taha nicht fehlen, unser IT-Sicherheitsberater, der seine Hacker-Künste immer sehr gerne in den Dienst der guten Sache stellt. Ja, wie schon gesagt, es sind Sommerferien. Seit Wochen herrscht eine brütende Hitzewelle in Aachen. Und Britta und Erik hüten alleine die leergefegte Detektei. Deshalb sind sie ganz froh, als das Aachener Sportamt auf sie zukommt. Eigentlich mit einem kleinen Auftrag. Es gehen ein paar Spanner im Freibad um, und Britta und Erik sollen denen das böse Handwerk legen. Wie so oft kommt es allerdings anders, als man denkt. Und während sich Britta noch in ihre neue Undercover-Rolle als Schwimmmeisterin einfindet, nehmen bereits deutlich dramatischere Ereignisse ihren Lauf. Samstag, 22. Juli, Freibad Hangeweihe, 11 Uhr, 31 Grad Celsius. Sagen Sie mal, meinen Sie eigentlich, Sie haben hier eine Bahn für sich allein gepachtet? Haben Sie gesehen, was hier los ist? Ich stand, Hände in den Hüften vor einem wutschnaubenden älteren Herrn und einem verschüchterten Mädchen von vielleicht 17 Jahren, die eben im überfüllten Becken zusammengestoßen waren. Der Alte, der rückwärts in das Mädel reingedonnert war, hatte sofort angefangen, sie anzuschreien, also hatte ich die beiden nach einem suchenden Blick nach den Kollegen kurzerhand aus dem Becken zitiert. Das alte Walross war auf 180. Diese dumme Putin nimmt keinerlei Rücksicht auf ältere Menschen, bellte er. Nee, ist klar, rückwärts schwimmen ohne zu gucken, aber das Mädel soll schuld sein, sonst geht es Ihnen aber gut, ja? Bellte ich zurück. Das ja unerhört, empörte sich der Alte. Ich schwimme seit 40 Jahren auf dieser Bahn. Ach ja, und Sie gucken seit 40 Jahren nicht, wohin Sie schwimmen? Dann wird es aber langsam mal Zeit, wie? Äh, Frau Kollegin, räusperte sich Guido dezent hinter mir. Als ich mich umdrehte, sah ich an seinem Gesicht, dass er größte Mühe hatte, sich das Lachen zu verkneifen. Mit einem letzten grimmigen Blick auf das Walross, das kaum zurück im Wasser wieder alles gnadenlos platt machte, was nicht schnell genug aus dem Weg paddelte, wandte ich mich Guido zu. Was gibt's, Coach? Guido, der die junge Frau mit ein paar aufmundernden Worten ebenfalls ihres Weges geschickt hatte, grinste inzwischen über alle vier Backen. Also nicht, dass der alte Rüpel sich das nicht endlich mal redlich verdient hat, aber vielleicht nicht ganz die Wortwahl aus dem Handbuch für artige Schwimmmeister. Ach, ist doch wahr, so ein Blödmann. Wenn er sich beschwert, sag einfach, ich bin neu hier und bei uns in Novosibirsk werden die Dinge ein bisschen anders geregelt, grinste ich, als das Funkgerät in der Hosentasche meiner Schwimmmeistershorts zum Leben erwachte. Britta? Quarkte Jotis Stimme aus dem Gerät. Welcher Knopf war das noch? Flüsterte ich und Guido zeigte drauf. Ja, Joti, was gibt's bei euch? Ich glaube, das solltest du dir selber ansehen, quarkte es zurück. Wir sind hier an den Außenkabinen auf dem Weg zu den beheizten Umkleiden. Okay, bin unterwegs. Wenn du Natascha irgendwo siehst, bringst du sie am besten auch gleich mit, schob Joti nach. Und beeil dich! Guido und ich tauschten einen Blick. Na, die machen's aber spannend, sagte er. Vielleicht haben sie einen besonders dicken Fisch erwischt. Als ich bei den Außenkabinen ankam, erwarteten mich dort nicht nur Joti, sondern auch Erik und Tahar, die mit freundlichen Hinweisen auf einen medizinischen Notfall jeden außer mir davon abhielten, sich der Kabine zu nähern, vor der Joti Stellung bezogen hatte. Habt ihr noch einen Spanner erwischt? Freute ich mich. Wir nicht, sagte Joti und winkte mich näher heran. Als ich neben ihr stand, sah ich, dass sie Papierhandtücher um ihre rechte Hand gewickelt hatte. Damit öffnete sie vorsichtig die Tür der kleinen Umkleidekabine. Verflixte Hasenkacke, entfuhr es mir. Auf dem schmalen Sitzbrett in der Kabine saß mit hängenden Schultern ein vielleicht 50-jähriger nackter Mann mit Glatze und dicker Wampe. Das Gesicht konnte man nicht wirklich sehen, weil ihm das Kinn auf die Brust gesunken war, aber es gab keinen Zweifel. Der Mann war tot. Auf dem Boden stand eine kleine Sporttasche mit offenem Reißverschluss und diverse Kleidungsstücke waren auf dem Sitzbrett und dem kalten Betonboden verteilt. Ich schielte vorsichtig hinter die Tür, die nach innen aufging. Dort war aber nichts zu sehen. Na, wie gut, dass wir die Rechtsmedizin gleich vor Ort haben, flüsterte ich. Hast du eine Ahnung, wie er gestorben ist? Sagen wir so, Joti deutete auf den ziemlich umfangreichen Hals des Toten. Wir müssen natürlich die Obduktion abwarten, aber wenn du mich fragst, können wir einen Selbstmord ausschließen. Bei genauerem Hinsehen erkannte auch ich die Drosselmale. Zapperlot! Und guck mal, da ist auch Blut an der Kabinenwand. Ich weiß, ich wollte ihn nicht bewegen, aber ich vermute, er hat eine Wunde am Hinterkopf. Vielleicht hat ihn jemand bewusstlos geschlagen, damit er sich beim Erdrosseln nicht wehrt. Viel Platz ist ja hier nicht, sagte Joti. Wenn du hier drinnen Handgemenge hast und gegen die Kabinenwände knallst, macht das so einen Krach, dass du im Handumdrehen Zeugen hast. Fragt sich nur, warum der Täter so ein hohes Risiko eingeht. Hier wimmelt es doch nur so von Leuten. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand was mitbekommt oder dich zumindest sieht, wenn du die Kabine betrittst oder verlässt, ist doch sehr hoch. Joti zuckte mit den Achseln. Vielleicht steht er auf Nervenkitzel. Er? Naja, eventuell auch sie. Das Opfer ist ein ziemlicher Brocken, aber wenn der bewusstlos war, kann es auch eine Frau gewesen sein. Sag mal, sieht das nur so aus oder hat der? Ich beugte mich seitwärts, um dem Toten ins Gesicht sehen zu können. Igitt? Was, Igitt? fragte Joti und schob mich zur Seite, um hockend selbst einen Blick zu riskieren. Heiliger Strohsack! Die Augen des Toten waren nicht ganz geschlossen und der Grund dafür waren zwei Nadeln mit Plastikaufsätzen. In jedem Auge steckte eine. Das sind Einwegkanülen, sagte Joti. Du meinst Injektionsnadeln? Medizinische? Ja. Ich kratzte mich am Kopf. Warum die Augen und warum Injektionsnadeln? Eine wirklich gute Frage, murmelte Joti, während sie sich die grässlichen Details aus nächster Nähe ansah. Ich zog mein Handy aus der Tasche, um meinen Partner, Kriminaloberkommissar Körber, anzurufen und sah mich derweil um. Ein paar hartnäckige Neugierige blieben trotzdem in geringer Entfernung stehen. Sobald sich herumsprach, dass hier etwas passiert war, würde der Volksauflauf nicht lange auf sich warten lassen. Wenigstens war das Kreischen und Wasserplanschen der Badegäste noch unverändert und jeder, der im Becken war, konnte schon hier nicht rumstehen. Ich tippte auf Körbers Kontakteintrag und wartete ungeduldig, während es am anderen Ende tutete. Was habt ihr? Knurrte es aus dem Hörer. Die Kacke am Dampfen, wenn du es genau wissen willst. Ach, du bist gar nicht der Erkennungsdienst. Nicht, seit ich das letzte Mal geguckt habe, Schatzilein. Allerdings kannst du die gleich anrufen. Wir haben was für die Herrschaften. Oh, nicht dein Ernst, stöhnte Körber. Zufällig, was das ein paar Tage warten kann. Wir sind ja echt am Anschlag. Genau wie letzten Sommer. Sommerferien sind immer schlecht, brummte Körber. Und dann noch dieser unerklärliche Mord. Zwei Morde. Zwei? Wir haben ja im Hangeweiher eben eine Leiche gefunden. Männlich um die 50. Leider konnte ihn bisher niemand identifizieren. Und der Tote hat in jedem Auge eine Einwegkanüle stecken. Schweigen. Körber, bist du noch dran? Und ob ich das bin? So ein Mist, so ein Verfluchter. Im Weiher Hangeweiher oder im Freibad Hangeweiher? Im Freibad. Eigentlich sind wir ja auf Spannersuche, ich weiß. Leichenfundort ist abgeriegelt. Ich räusperte mich. Okay, okay, war ja nur eine Frage, brummte er. Hat jemand was mitbekommen? Außer uns bisher nicht. Im Moment läuft der Badebetrieb normal weiter. Wir wollten keine Massenpanik auslösen. Aber das bedeutet natürlich, dass der Killer sich jederzeit unauffällig vom Acker machen kann, wenn er nicht eh schon über alle Berge ist. Wenn man die Ausgänge dicht machen würde, könnte man von allen, die noch hier sind, die Personalien aufnehmen. Und hätte es sofort einen Volksaufstand. Bei dem Wetter laufen da bestimmt ein paar tausend Leute rum, grummelte Körber und schwieg eine Weile. Dann sagte er, Pass auf, sag dem Oberschwimmmeister, die sollen den Hintereingang zum Park dicht machen, sodass alle, die ab jetzt das Bad verlassen, vorne raus müssen. Ich schicke sofort eine Streife rüber, die sich am Vordereingang postiert und unter einem Vorwand jeden, der geht, einer kurzen Befragung unterzieht. Mir muss nur noch der Vorwand einfallen. Gibt es da irgendwo ein Hintertüchen, wo wir rein können, damit wir uns nicht mit Kripo und Erkennungsdienst durch die Massen drängeln müssen? Ich erklärte ihm, wo das kleine Hintertürchen war, durch das wir am Vortag aufs Gelände gekommen waren und unter welchem Vorwand wir die Leute vom Leichenfundort fernhielten. Und bringt ausreichend Sichtschutz mit, da gibt's hier nichts, sagte ich ihm noch, bevor ich auflegte. Taha und Erik hatten inzwischen den Zugangsweg in Richtung Haupteingang fachmännisch abgesperrt. Sofort rückten die ersten Gaffer direkt bis zum Absperrband vor. Erik, Taha und ich bezogen vor der Todeskabine Stellung und behielten die Gaffer im Auge. Hast du eine Ahnung, wie lange der hier schon saß, als ihr ihn gefunden habt? wisperte ich. Erik und Joti tauschten einen Blick. Nicht sehr lange, sagte Joti, der hatte fast noch normale Körpertemperatur. Es ist aber auch sehr heiß heute, gab ich zu bedenken. Stimmt, aber in den Kabinen ist deswegen des Betons ziemlich kühl, wandte Joti ein. Auch wieder wahr. Also ich hab hier ziemlich regelmäßig meine Runden gemacht und dabei ist mir nichts aufgefallen, sagte Erik. Allerdings war ich zwischendurch im Schwimmmeisterraum und hab was gegessen, bevor ich die nächste Runde gemacht habe. Ich denke, insgesamt war das ein Zeitfenster von maximal einer Stunde, eher weniger, sagte Erik leise. Taha, hast du irgendwas mitbekommen? fragte ich. Der schüttelte seinen schwarzen Lockenkopf. Nein, ich war gerade auf dem Rückweg vom Patrouillengang auf der Wiese, als Erik mich rausgewunken hat. In diesem Moment tauchte Guido wieder an der Absperrung auf. Ich muss wieder ans Becken, braucht ihr noch was? Ich winkte ihm zu, uns zu kommen und er schlüpfte unter den Absperrbändern durch. Dann zeigte ich ihm das Opfer. Hast du den schon mal gesehen? Guido ging in die Hocke, um dem Toten ins Gesicht gucken zu können. Sein eigener Tarn wechselte von kräftigem Braun ins Grünliche über, als er die Kanülen sah. Er kam wieder hoch und hielt sich die Hand vor den Mund. Bitte nicht in den Leichenfundort göbeln, sagte Taha. Kommissar Körber bringt uns allesamt um. Guido atmete tief durch und schüttelte dann den Kopf. Nee, keine Ahnung, wie der heißt. Der ist ab und zu mal hier, glaube ich, aber definitiv kein Stammschwimmer. War er in den letzten Tagen und Wochen hier? Boah, das kann ich dir nicht sagen, bei dem Betrieb hier in letzter Zeit. Ich denke ja, aber ich kann es nicht beschwören. Er zuckte mit den Schultern. Es stellt sich heraus, dass es zwischen dem Mordfall, in dem die Kripo bereits ermittelte, und der Leiche, die jetzt im Hangeweiher gefunden wurde, einen Zusammenhang gibt. Um den Täter in eine Falle zu locken, lautet die offizielle Version, Jemand habe in der Umkleidekabine einen Herzinfarkt erlitten und sei ausgeraubt worden. Das vermeintliche Opfer sei aber wiederbelebt worden. Angesichts der Gesamtsituation bleibt neben unserer fröhlichen Detektivtruppe auch Kommissar Körber nichts anderes übrig, als in Schmuckerbadebekleidung ebenfalls im Freibad nach dem Killer zu suchen. Wenig später trat Körber umgezogen mit Sonnenbrille wie der hergestellte Nikotinpegel und entsprechend entspannt aus dem Lagerraum neben der Herrendusche. Von vorne waren die knallroten geliehenen Badeshorts sehr kleidsam und Körber machte, durchtrainiert wie er war, eine gute Figur. Als er sich allerdings umdrehte, um die Tür hinter sich abzuschließen, leuchtete auf seinem Hinterteil der goldene Schriftzug »I'm too sexy for my shorts« auf. Und mit Eriks und meiner Beherrschung war es vorbei. Mit grimmigem Blick über den Rand der Sonnenbrille trat Körber zu uns, als ich mir gerade die Lachtränen aus den Augen wischte. Dass Tobi vom Beckenrand grinsend einen Daumen nach oben reckte, half auch nicht gerade dabei, die Kontenance wiederzufinden. »Ihr hättet mal die anderen Hosen sehen sollen, die zur Auswahl standen«, brummte Körber missmutig. »Sie müssen schon entschuldigen, Herr Kommissar«, grunzte Erik leise, »aber unter unauffällig hatte ich mir jetzt was ganz anderes vorgestellt.« »Ja doch«, murrte Körber, »ich würde auch lieber im Adretten-Schwimmmeisterdress rumlaufen wie ihr, aber ich bin schon ein paar Mal in offizieller Kripo-Funktion hier gewesen. Wenn mich einer erkennt, fliegt die ganze Undercover-Operation auf. Wenn mich einer in Badehose sieht, ist das egal. Also, notgedrungen, er sah betrübt an sich herunter. »Ach was, ein schöner Mann kann noch nichts entstellen«, grinste ich, »aber was um Himmels Willen macht das KK-11 im Freibad?« »Wenn ihr einer tot umfällt, müssen wir anrücken, mit dem Arzt prüfen, ob der Todesfall suspekt sein könnte und der Tote obduziert werden muss. Dieses Jahr hatten wir leider schon zwei von der Sorte, muss die Hitze sein. Also, los, los, wir haben keine Zeit zu verlieren.« Wie abgesprochen schwärmten wir aus. Erik wegen seines Sonnenbrands in den nicht abgesperrten Bereich der Umkleiden und Schließfächer, Joti und Körber auf die Liegewiese und ich ans Becken. Badleiterin Natascha hatte erfolgreich dafür plädiert, neben Guido auch Tobi den zweiten Schichtführer einzuweilen. »Ich weiß, ich weiß«, hatte sie gesagt, »ein Geheimnis bleibt nur eins, wenn es möglichst wenige Leute kennen, aber dass ihr undercover arbeitet, weiß er sowieso schon und unsere Stammschwimmer und Dauersonnenbader am Becken sind eine der besten Adressen für Infos. Viele von denen sind den ganzen Tag hier und ich sage dir, denen entgeht nichts. Tobi und Guido kennen die alle gut, da kommt über Klatsch und Tratsch sicher noch einiges zu Tage, was sie einem Neuling vielleicht nicht auf die Nase bin. Also machten wir uns zügig an die Arbeit. Ich entschied mich nach kurzem Überlegen für die indirekte Herangehensweise. Die meisten Menschen erzählen einem mehr, wenn sie selbst das Gespräch initiieren. Also stellte ich mich an den rechten Beckenrand, direkt vor die ersten Sonnenliegen, auf denen sich die erwähnten Stammgäste räkelten. Mit strengem Blick musterte ich durch meine Sonnenbrille das wilde Treiben im Becken und ließ es mir nicht nehmen, ausgiebig von meiner schönen neuen Trillerpfeife Gebrauch zu machen. Da könnte ich mich dran gewöhnen. Es dauerte keine fünf Minuten, bis der erste Stammgast sich unauffällig anpirschte. Ach, da bin ich aber froh, dass die Stadt endlich ein Einsehen hatte, sagte eine sanfte Männerstimme hinter mir. Als ich den Kopf umwandte, sah ich, dass der große Mitfünfziger mit grauen Haaren, der schon seit dem Morgen auf Liege Nummer drei lag, sich erhoben hatte und direkt hinter mir stand. Ein Einsehen womit, fragte ich höflich und sah wieder nach vorne. Auch Tobi und Rixi ließen die Becken keine Sekunde aus den Augen, selbst wenn sie sich mit jemandem unterhielten. Liege drei stellte sich neben mich. Na damit, dass das Personal bei dieser Hitzewelle völlig überlastet ist und Verstärkung brauchte, Schlaumeier. Sie wissen ja, die Mühlen des öffentlichen Dienstes malen langsam, sagte ich und zwinkerte ihm vermeintlich verschwörerisch über den Rand meiner Sonnenbrille zu. Sind Sie sonst in einem der Hallenbäder, fragte er? Ich habe Sie noch nie hier gesehen. Neugierig bist du gar nicht, was? Ich war lange in Düsseldorf und arbeite seit ein paar Wochen in Aachen als Springer, log ich. Mein erster Tag im Hangeweier und dann gleich so ein Tumult. Lecko mio. Was ist denn eigentlich genau passiert? Die Gerüchteküche brodelt, aber Sie wissen ja bestimmt aus erster Hand alles Wissenswerte. Gut geschleimt ist halb gewonnen. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich so einfach, sagte ich vermeintlich zögerlich und Liege 3 ließ nichts anbrennen. Wie unhöflich von mir, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Lichtenberg mein Name, Ernst Lichtenberg, erstreckte mir die Hand hin. Franziska Decker log ich erneut und schüttelte ihm die Hand. Sind Sie Stammgast hier? Ja, seit einigen Jahren. Ich kann hier wunderbar arbeiten und seit es die Liegen am Beckenrand gibt, ist es ja noch komfortabler. Sie arbeiten im Freibad? Skeptisch warf ich einen Blick auf die lange Gestalt in Badehose. Wie funktioniert das denn? Er schmunzelte. Ich bin Professor für Maschinenbau. In den Semesterferien kann ich im Grunde arbeiten, wo ich will. Zum Korrigieren von Klausuren eignet sich eine Sonnenliege ganz ausgezeichnet. Ich bin wirklich im falschen Job. Ich habe gehört, in den Kabinen hat jemand einen Herzinfarkt erlitten. Stimmt das? Lenkte er das Thema wieder auf das, was er eigentlich wissen wollte. Aus dem Augenwinkel sah ich, dass Liege 52 ebenfalls erhoben hatten. Langsam und ganz unauffällig pirschten sie sich heran. Um meine Tarnung zu untermauern, trötete ich in meine Trillerpfeife. Hey, du kleiner Hosenscheißer, das habe ich gesehen. Her mit dem Ding. Entschuldigung, ich bin gleich wieder da, Herr Professor. Der Drei-Käse-Hoch, der gerade eine ältere, rückenschwimmende Dame mit einer Salve aus seiner Wasserpistole maltretiert hatte, drehte sich zu mir um und piepste, du hast mir gar nichts zu sagen. Und ob ich das habe, du kleiner Rotzlöffel? Ich nahm ihm mit einem geübten Griff die Wasserpistole ab. Wozu hat man drei Neffen? Da ist man im Training. Du hältst nämlich jetzt erstmal den Schnabel und verziehst dich. Los, ab auf die Wiese und wenn ich dich nochmal ohne Aufsicht am Schwimmerbecken sehe, gibt es einen Satz heiße Ohren. Ist das klar? Der Knirps zog eine Schnute. Und was ist mit meiner Pumpgun? Ich warf einen skeptischen Blick auf die knallgrüne, mäßige Imitation einer Handfeuerwaffe. Erstens ist das keine Pumpgun und zweitens kann deine Mama die nachher bei mir abholen kommen, zusammen mit einem kostenlosen Anschiss zum Thema Aufsichtspflicht. Also ab durch die Mitte und zwar Dallee. Tobi, der auf einem seiner Rundgänge ums Becken gerade an mir vorbeikam, grinste, ganz nach Lehrbuch, Frau Kollegin, ganz nach Lehrbuch. Ach, ist doch wahr, schnaubte ich und gesellte mich wieder zum Professor. Liege zwei und fünf hatten sich inzwischen ebenfalls in Position gebracht und strahlten mich an, als ich meinen Posten wieder bezog. Liege fünf fackelte nicht lange. Der Ernst sagt, Sie wissen, was da oben passiert ist bei den Kabinen? Tja, ich weiß nicht, ob sie heute Morgen da oben, druckste ich herum. Liege eins und Liege vier schienen auch schon die Ohren zu spitzen. Ob wir was da oben? fragte Liege fünf, der eine so gewaltige Riesenwampe vor sich her schob, dass man das winzige Tanga-Badehöschen nur erahnen konnte, wenn man denn so genau überhaupt hätte hingucken wollen. Meine Herrschaften, ich muss Ihnen leider sagen, dass wir einen ganz schlimmen Finger hier rumlaufen haben. Ja, Sie haben recht, in einer der Außenkabinen hat jemand heute Vormittag einen tödlichen Herzinfarkt erlitten. Gott sei Dank wurde er noch rechtzeitig von einem unserer Kollegen gefunden und er konnte ihn wiederbeleben. Ein echter Held, rief der Professor begeistert aus. Er schon, sprach ich leise weiter. In der Zwischenzeit hat aber offensichtlich schon jemand anderes den älteren Herrn gefunden und anstatt uns zu rufen, hat er ihn ausgeraubt. Nein, rief Liege fünf entrüstet. Doch, sagte ich. Die Welt ist so schlecht geworden, jammerte Liege zwei und früher war mir Lametta. Haben Sie sich heute Vormittag zwischen zehn und elf irgendwann oben im Bereich der Außenkabinen aufgehalten? Fragte ich mit gesenkter Stimme. Uh, quietschte Liege zwei, eine Spindeldürre mit Fünfzigerin und klatschte in die Hände. Wir brauchen doch nicht etwa ein Alibi? Psst, zischten der Professor und Liege fünf. Nicht so laut, Edelgard. Schuldbewusst schlug sie sich die Hände vor den Mund und sah mich mit großen Augen an. Aus dem Augenwinkel sah ich, dass Trubi bei seiner Runde ums Becken immer mal anhielt und mit verschiedenen Leuten sprach. Also, sagte ich, die drei machten nachdenkliche Gesichter. Schließlich sagte der Professor, ich weiß, dass ich heute Morgen da oben langgegangen bin, weil ich noch was mit Vera besprechen wollte. Vera im Kassenhäuschen? fragte ich und hoffte inständig, dass ich mir die Namen und Schichtzuweisungen des Kassenpersonals richtig gemerkt hatte. Ganz recht, sagte der Professor. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke, zwischen zehn und halb elf wird es wohl gewesen sein. Bingo. Doch, doch, rief Edelgard eifrig. Jetzt fällt es mir wieder ein, du hast mir doch auf dem Rückweg noch geholfen, meine Kühltasche zu tragen, Ernst. Ich war doch heute so spät dran wegen, wann genau sind sie denn angekommen? Hielt ich sie dezent davon ab, uns ihre Lebensgeschichte zu erzählen? Ja, so viertel nach zehn, halb elf, denke ich. Also die Schlange vorne war ja eine wirkliche Zumu. Klassischer Fall von Verbaldi, die Arrö. Das heißt, Herr Professor, Sie sind auf dem Hinweg zum Kassenhäuschen dort oben vorbeigegangen und auf dem Rückweg Sie beide? Der Professor neigte zustimmend den Kopf und Edelgard nickte so heftig, dass ihre riesengroße Brille drohte, in hohem Bogen ins Wasser zu fliegen. Ist Ihnen denn irgendetwas oder irgendjemand aufgefallen? Der Professor zuckte bedauernd mit den Schultern. Ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich darauf geachtet. Es kann ja keiner ahnen, was bei diesem Wetter plötzlich für ein Gesindel hier herumläuft. So etwas kennen wir sonst gar nicht. War dort genauso viel los wie auf dem Rest des Geländes oder eher weniger? Edelgard legte den Kopf schief und sah den Professor fragend an. Viel weniger, oder? Was meinst du ernst? Ja, schon jetzt, wo du es sagst, lassen Sie mich mal überlegen, Frau Decker. Ich glaube, uns kam eine Familie mit drei kleinen Kindern entgegen, korrekt, Edelgard? Frau Krämers hat uns ja noch so nett gegrüßt. Erklärend zu mir gewandt, ergänzte er, das ist eine von den ganz alten Damen, die jeden Morgen hier schwimmen kommen. Und da waren doch auch noch zwei junge Männer oder verwechsel ich da was? Nein, nein, du hast recht, rief Edelgard aufgeregt. Einer kam uns entgegen, so ein ganz braun gebrannter, groß wie ein Kleiderschrank, blonde Haare, über und über tätowiert mit so einem Stubbelbart und dieser neumodischen Frisur, die diese Fußballer jetzt alle tragen, den habe ich auch schon öfter hier gesehen. Na, den hast du dir ja sehr genau angeguckt, Edelgard. Gut gebaut, wie? Ein Undercut. Ja, wie alt war der ungefähr? Junger Mann ist ein dehnbarer Begriff. Ich würde sagen, Anfang oder Mitte 20. Und haben Sie gesehen, wo der hingegangen ist? Beide schüttelten die Köpfe. Und der andere? Den haben wir nur kurz von der Seite beziehungsweise von hinten gesehen, wie er durch die Glastür zu den Schränken verschwunden ist, sagte Edelgard bedauernd. Der hatte dunkelbraune Haare, Edelgard, jetzt weiß ich's wieder, sagte der Professor, offensichtlich hoch erfreut über seine Gedächtnisleistung. Gleiches Alter wie der andere, denke ich, ziemlich dünn war der und sehr käsig. Der war dieses Jahr noch nicht oft in der Sonne. Und ich glaube, eine Brille hatte er auf. Da brach mir doch einer ein Storch. Ich zog mein Handy aus der Hosentasche und zeigte den beiden in das Foto von Elias Gärtner. Könnte es der hier gewesen sein? Liege 5 machte nur widerwillig Platz, damit Edelgard und der Professor auf den Bildschirm gucken konnten. Ja, 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 das ist er! Edelgard wibbelte nervös auf und ab. Der Professor guckte sich das Bild deutlich länger an und wiegte dann den Kopf hin und her. Das kann sehr gut sein, aber ich kann es nicht beschwören. Wir haben ihn wirklich nur ganz kurz gesehen. Ich glaube, die Polizei ist im Moment froh über jeden Hinweis. Je schneller der Übeltäter gefasst ist, desto besser. Wir wollen ja, dass unsere Badegäste sich hier sicher fühlen. Ich steckte mein Handy wieder in die Hosentasche meiner Shorts. Und die Familie mit den drei Kindern? Oh je, sagte der Professor. Auf die habe ich überhaupt nicht groß geachtet. Du, Edelgard? Edelgard rümpfte die Nase. Wenn Sie mich fragen, echtes Präkariat. Wie bitte? fragte ich verdattert. Na, Sie wissen schon, die Unterschicht, die selbsternannten Verlierer unserer Gesellschaft. Fett, faul und dumm, könnte man auch sagen. Meine Hand hatte sich unwillkürlich zur Faust geballt. Ganz entspannt durch die Hose atmen, Sander. Du bist hier, um Zeugen zu vernehmen, nicht als Retterin der Witwin und Weisen. Was bringt sie zu diesem Urteil? Quetschte ich mit mühsamer Selbstbeherrschung zwischen den Zähnen durch. Ach, das sieht man doch auf den ersten Blick, winkte Edelgard großspurig ab. Vater fettlos, Mutter fettlos und drei Nachwuchsklöschen. Wahrscheinlich lebt die ganze Familie von Burgern, Cola und Süßigkeiten. Das haben Sie alles im Vorbeigehen gesehen. Respekt, sagte ich sarkastisch. Liege 5 und der Professor guckten betreten aus der Wäsche, als Edelgard bescheiden nachlegte. Ach ja, solche Leute erkennt man ja auf den ersten Blick. Dann können Sie sie ja auch sicher beschreiben. Ja, also das nun auch wieder. Also wer war es denn jetzt eigentlich? Also ich meine den mit dem Herzinfarkt, versuchte Liege 5, das Gespräch in eine andere Richtung zu drehen. Das weiß ich leider nicht, log ich. Die Polizei möchte den Namen erst herausgeben, wenn die Angehörigen verständigt sind. Aber der Kollege, der ihn wiederbelebt hat, weiß doch sicher, bohrte Liege 5 weiter, als wir durch lautes Gekeife aufgeschreckt wurden, das den allgemeinen Badelärm mühelos übertönte. Jetzt habe ich aber die Nase voll, kreischte eine Stimme direkt vor uns, die zu einer ungefähr 60-jährigen Fregatte in voller Kampfmontur gehörte. Make-up, Lippenstift, frisch ondulierte Löckchen und Schwimmstil sterbender Schwan. Direkt neben ihr hatte ein Krauler der gleichen Altersklasse angehalten und setzte die Chlorbrille auf die Stirn, um die gegnerische Flotte zu begutachten. Was fällt Ihnen eigentlich ein, mir auf den Kopf zu hauen, wetterte der nicht minder entrüstet. Das ist wirklich eine Unverschämtheit, wie Sie hier schwimmen, keifte die Fregatte. Was soll das denn heißen, pampte der Krauler zurück. Sie spritzen mich ganz nass, empörte sich der sterbende Schwan. Ich spritze Sie. Jawohl, legte sie noch mal nach. Ich werde hier klatschnass, weil Sie so um Sie spritzen. Vorsichtig betastete sie das betonartige Lockengebilde auf ihrem Kopf. Sie haben aber schon mitbekommen, dass Sie in einem Schwimmbad sind, ja? Da kommt es schon mal vor, dass man nass wird, vor allem im Becken. Er setzte seine Chlorbrille wieder auf. Guten Tag. Sprach, schwamm weiter und ich hätte schwören können, dass er noch ein bisschen kräftiger mit den Füßen strampelte und die Arme noch ein bisschen mehr aufs Wasser platschen als vorher. Wie alt die Eltern waren, können Sie nicht zufällig sagen, fragte ich Edelgard, die die Szene im Becken gebannt beobachtet hatte. Ach, wissen Sie, das ist bei dicken Leuten immer so schwer zu sagen. Wenn die noch einen Spruch von der Sorte raushaut, vergesse ich mich, Schwimmmeister Kluft hin oder her. Aber ich würde sagen, Mitte 20, fuhr sie unbeirrt fort. Solche Leute vermehren sich ja auch immer wie die Kanickel, da muss man ja früh anfangen. Eine kräftige Hand legte sich auf meine Schulter. Ihr Lieben, darf ich euch den neuen Kollegen mal für zwei Minuten entführen? Tobi. Wir traten ein paar Schritte von dem Dreiergrüppchen weg und Tobi murmelte, ich kann mir nicht helfen, aber ich wurde das Gefühl nicht los, dass du gleich irgendwem an die Gurgel gehst. Völlig richtig beobachtet, Herr Kollege, grollte ich. Wenn ich der noch zwei Sekunden länger zugehört hätte, hätten wir diesmal wirklich einen Krankenwagen gebraucht. So eine blöde Zinzicke. Aber nicht nur tagsüber treibt der unbekannte Bösewicht sein Unwesen im Freibad. Eines Nachts, als die Ermittler bei Grillwürstchen und Nudelsalat auf der Terrasse von Badleiterin Natascha sitzen, hört Sammy plötzlich Geräusche. Es war inzwischen dunkel und Natascha stand auf, um ein paar Außenlaternen anzuzünden, als Sammys Kopf plötzlich wieder unter der Tischdecke hervorpoppte. Diesmal ließe er es aber nicht bei einem Kontrollblick befinden. Er stellte wieder die Schlappohren auf, trippelte bis zum Geländer und als er da offenbar nicht fand, was er suchte, machte er sich durch die offene Tür geschäftig auf den Weg in Richtung Rampe. Körber und ich tauschen einen Blick. Während ich zum Geländer schlich, um vorsichtig nach unten zu schielen, drückte Körber seufzend die Zigarette aus, die er gerade angezündet hatte und griff in seinen Rucksack. Mit einem schnellen Griff zog er seine Dienstwaffe raus. Das Schwimmerbecken samt Beckenrand war trotz der Dunkelheit zu erahnen und da rührte sich rein gar nichts. Allerdings war die Sicht auf alles, was unter uns lag, versperrt. Weder den Rasen mit den Sonnenliegen noch den ganzen Bereich mit Duschen und Toiletten konnte man sehen. Ich gab Körber ein Zeichen, dass wir nach unten mussten, um rauszufinden, ob dort jemand rumlief. Körber dann ist das ganze Bad hell erleuchtet. Körber schüttelte den Kopf. Noch nicht, wisperte er. Wenn ich dreimal auf den Finger pfeife, mach ihn an, okay? Also, nichts wie los. Warte, wisperte Natascha und verschwand blitzschnell in ihrer Wohnung. In Nullkommanichts war sie wieder da und drückte Taha einen hölzernen Baseballschläger in die Hand. Während wir das Deck überquerten, um die Ecke schielten, um dann im Gänsemarsch geduckt die Rampe runterzuschleichen, begannen Joti und Natascha demonstrativ sich wieder zu unterhalten. Auf dem Weg nach unten war nichts zu sehen. Auch nicht von Sammy. Am Ende der Rampe trennten wir uns auf ein Handzeichen von Körber hin. Dann schob er mich demonstrativ hinter sich und zeigte in Richtung Treppe. Nachdem ich mich erfolglos nach Sammy umgesehen hatte, hakte ich meine Hand im Bund von Körbers Badehose ein und folgte ihm, mit dem Blick allerdings abwechselnd in alle Richtungen schweifend, die nicht in Körbers Blickfeld lagen. Nicht ganz die vorgeschriebene Polizei Doppelformation bei Erkundungen von feindlichem Territorium, aber die sahen ja auch nicht vor, dass die beiden Beteiligten Badehose beziehungsweise Schwimmmeisterdress trugen. Auf jeden Fall konnten wir so halbwegs sicher sein, dass sich niemand von hinten an uns heranschlich, während wir vorneherum nach ihm suchten. Im Schneckentempo krochen wir die Treppe runter und Körber lugte vorsichtig um die Ecke. Dann nickte er mir zu, dass die Luft rein sei. Wir pirschten eng an der Wand entlang und während ich den Blick übers Gelände schweifen ließ, probierte Körber leise alle Türen, ob sie verschlossen waren. Auch in der Ecke zwischen Lagerraum und Technikgebäude verbarg sich niemand. Inzwischen hatte ich wenigstens Sammy erspäht, der aufgeregt auf der Wiese und zwischen den braunen Sitzblöcken herumschnüffelte. Als wir zur Tür des Technikgebäudes schlichen, hob er erfreut den Kopf und kläffte zweimal. Psst, machte ich und beeilte mich hinter Körber herzukommen. Auch die Tür zum Technikgebäude war fest verschlossen. Dann pressten wir uns mit dem Rücken an die Wand und Körber lugte um die Ecke, während ich Sammy und das Gelände im Blick behielt. Stehen bleibt Polizei, brüllte Körber plötzlich und wenige Sekunden später kamen Erik und Tahar mit erhobenen Händen um die Ecke. Putain, Monsieur le Commissaire, Sie können ältere Herrschaften doch nicht zu erschrecken, schimpfte Tahar. Oder willst du demnächst die IT-Arbeitin selber machen? Sorry, brummte Körber ein bisschen kleinlaut. Aber ich muss ja Britta schützen, da was musst du? fragte ich empört und plötzlich wurden beide Becken in gleißend helles Licht getaucht. Also geh da unten, hörten wir Nataschas Stimme von oben. Hat ja jemand dreimal gefiffen, rief Körber ärgerlich zurück. Nö, aber bei eurem Geschrei war mit Geheimhaltung sowieso nichts mehr, gab Natascha trocken zurück. Körber stöhnte und wandte sich wieder Erik und Tahar zu. Ich nehme an, ihr habt genauso wenig gefunden wie wir. Nichts, aber auch rein gar nichts Verdächtiges, bestätigte Erik. Aber auf der Wiese oder da hinten in den Gebüschen könnte sich ja noch jemand herumtreiben. Ah, machte Körber. Unwahrscheinlich. Aber lasst uns trotzdem mal nachgucken. Schleichen brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Die Idee zu diesem Krimi kam mir eines Morgens beim Schwimmen im Hangweier. Nachdem ich die letzte Bahn geschwommen war, guckte ich so übers Becken und dachte, hier könnte eigentlich morgens mal eine Leiche im Wasser treiben. Und von dem Moment an hat mich die Idee auch nicht mehr losgelassen. Allerdings, also ich bin ja jeden, im Sommer fast jeden Tag im Freibad. Und also je länger ich darüber nachdachte, wo ich ging und stand, sah ich wieder neue Möglichkeiten, Orte, wo man Leichen verstecken kann und so weiter und so weiter. Allerdings sind dann noch ein paar Tage vergangen, bis ich mich getraut habe, den Badleiter Thorsten Liebel anzusprechen, weil ich jetzt nicht wirklich wusste, ob der auch so begeistert davon wäre, wenn ich ihm ein paar Leichen unterjubele in seinem Schwimmbad. Allerdings war mein Interesse immer größer geworden, weil ich auch festgestellt hatte, dass es zwar Krimis gibt, die beim Reitturnier spielen oder auf dem Tivoli beim Fußballspiel, aber es gab noch keinen Aachen-Krimi, der tatsächlich im Freibad spielte, was eine echte Schande ist, weil der Hangeweier gehört einfach zum Aachener Sommer wie, ach, ich weiß auch nicht, also ohne für mich unvorstellbar. Ja, aber zu meinem großen Glück war Thorsten Liebel wirklich von Anfang an wirklich begeistert und hat das Projekt von der ersten Sekunde an sehr tatkräftig unterstützt und auch das Sportamt, also der Fachbereich Sport, wie das offiziell heißt bei der Stadt Aachen, war auch sehr, sehr angetan und mit Feuereifer bei der Sache. Und das Ganze begann dann mit einer dreieinhalbstündigen Tour durch den Hangeweier vor den Kulissen, die kannte ich schon, aber hinter den Kulissen, das war nochmal richtig interessant und da wurde mir dann alles erklärt von der Filtertechnik, wie das alles funktioniert, wer welche Aufgaben hat, was man mit renitenten Badegästen als echter Schwimmmeister machen darf. Britta macht natürlich wieder was ganz anderes, ist klar. Und Thorsten ist auch auf einen Leichenfundort gekommen, da kommt nur ein Schwimmmeister drauf. Völlig ausgeschlossen, dass da jemand drauf kommt. Die verrate ich jetzt aber nicht. Da ist nämlich, also die, die das Buch gelesen haben, werden wissen, dann ist der Witz ein bisschen weg, wenn man weiß, wo diese Leiche versteckt ist. Aber ich sage euch, kommt nur ein Schwimmmeister, Schwimmmeister, Entschuldigung. Schwimmmeister hassen das übrigens, wie die Pestbademeister genannt zu werden. Ja, und das Lustige an dieser Tour war, es waren auch an diesem Tag irgendwie 32 Grad und wir haben diese Tour natürlich tagsüber gemacht. Das heißt, der Hangeweiher war voll und Thorsten und ich liefen also die ganze Zeit durch die Gegend und diskutierten lautstark, wo man denn jetzt am besten die Leiche und überhaupt. Ich glaube, da haben, also so wie wir angeguckt wurden, haben sicherlich einige, Leute gedacht, dass sie gerade Zeuge einer Live-Planung einer Mordserie werden. Also das war schon sehr, sehr lustig. Aber wie das immer so ist, die wirklichen Fragen, die kommen auf, wenn man anfängt zu schreiben, dann sitzt man da und denkt, verdammt, wenn die jetzt da oben auf der Terrasse stehen, können die jetzt unten die Toilettentüren und die Türen zu den Duschen sehen. Ja und natürlich fallen einem solche Fragen dann mitten im Winter ein. Freibad ist zu und wenn man dann einen Verbündeten hat wie Thorsten, der dann tatsächlich da in der Eiseskälte teilweise bei Eis und Schnee rumgekraxelt ist, um zu gucken, ob man da jetzt runter kann oder nicht, also runtergucken kann oder nicht. Also das war schon sehr viel, sehr viel Einsatz im Dienst der Kriminalliteratur. Also was bei diesem Krimi noch eine besondere Herausforderung war, war, dass der natürlich möglichst, also die Figuren wägen sich auch mal woanders hin natürlich, aber das Buch sollte schon möglichst im Hangeweiher spielen, also mindestens die Kernhandlung und dann ist immer die Frage natürlich, wenn jetzt ein Mord passiert in einem Freibad und noch dazu während einer Hitzewelle, wo da pro Tag fünf bis sechstausend Leute rein und raus gehen, lässt man das Bad offen in der Hoffnung, dass der Killer irgendwie nochmal zurückkommt und um ihn dann zu finden oder schließt man das Bad, um niemanden zu gefährden, aber dann hat man natürlich auch keinerlei Möglichkeit, dass sich irgendjemand dann noch rumtreibt und sich vielleicht verrät. Das wird auch während des Buches immer diskutiert. Die einen sagen ja, um Gottes Willen, bloß zumachen, die anderen sagen, nee, um Gottes Willen, bloß auflassen. Aber für die Handlung und für die Spannung ist es natürlich besser, wenn der Badbetrieb erstmal aufbleibt, weil sonst hat man einen Mord im Hangeweiher und dann war es das schon. Also insofern habe ich das einfach mal offen gelassen und es war mir auch ein besonderes Vergnügen, deshalb habe ich die Textstellen heute auch so ausgesucht, es war mir ein besonderes Vergnügen, auch mal ein paar Anekdötchen aus 40 Jahren Schwimmen, eigentlich sind es jetzt schon 45, 45 Jahre Schwimmen im Hangeweiher zum Besten zu geben. Also so Dinge wie, Fräulein, ich schwimme seit 40 Jahren auf dieser Bahn, habe ich mir nicht ausgedacht. Und auch, dass die Beschwerde der älteren Dame, dass man sie nass spritzt, während sie im Becken schwimmt, die habe ich mir auch nicht ausgedacht. Also das Leben war bekanntlich immer die besten Geschichten. Ja, also vielleicht habt ihr ja Lust, herauszufinden, wer sich da in den Aachener Untiefen an den harmlosen oder vielleicht auch nicht so harmlosen Badegästen vergreift. Ich wünsche euch auf jeden Fall, also ach so, die Bücher sind natürlich alle bei KBV erschienen und können auch in jeder Buchhandlung auch außerhalb von Aachen über Nacht bestellt werden, wenn sie nicht vorrätig sind. Und ja, bleibt mir jetzt nur noch euch viel Spaß beim Lesen zu wünschen. Vielen Dank für eure Zeit heute Abend. Und für alle, die jetzt keine Zeit hatten oder nicht auf Facebook gucken wollen, ich werde auch dieses Video wieder auf meinen YouTube-Kanal stellen, einfach nach Ingrid Davis suchen und dann findet ihr das Video auch. Ja, das war die letzte Vorlesung. Wenn dann Aachener Abrechnung im März 2021 erscheint, gibt es natürlich auch lange Lesungen, sozusagen offline, also ich sage mal echte Lesungen, aber ich denke, ich werde dann auch zum sechsten Band noch eine Kurzlesung machen. Irgendwie gefällt mir das ganz gut und man kann, glaube ich, einen ganz guten Eindruck auch von den Büchern bekommen. Gut, dann nochmal ganz, ganz, ganz lieben Dank für eure Zeit und wir sehen uns dann spätestens im März 2021. Bis dahin. Tschüss.